Warum hatte Doris Day eine glänzende Karriere, aber ein tragisches Ende? Doris Day ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen und Sängerinnen ihrer Zeit. Sie verbringt ihr Leben damit, sich dem Tierschutz zu widmen. Ihre Karriere im Showbusiness startete sie Ende der 30er Jahre als Big Band Sängerin. Mit LeBron and his Band of Renown erzielt sie bis 1945 kommerziellen Erfolg mit zwei Nummer 1 Aufnahmen. Meine Träume werden immer besser und meine sentimentale Reise. Hollywoods goldenes Zeitalter Doris beginnt ihre Filmkarriere während des goldenen Zeitalters Hollywoods, als sie erstmals 1948 in dem Film Romans on the High Seas zu sehen war. Nachdem sie sich als Stars-Schauspielerin etabliert hat, tritt sie in Filmen viele Genres auf, darunter Komödien, Thriller, Dramen und Musicals. In den 50er und 60er Jahren war Doris Day zu Amerikas beliebtester Kassenschlagerin geworden. Zu ihren herausragenden Rollen gehören Rollen in Filmen wie Calamity Jane vom Jahre 1953, Alfred Hitchcocks Film The Man Who Knew Too Much vom Jahre 1956 und Pillow Talk vom Jahre 1959. In letzterem trat Day neben Rock Hudson auf und brachte ihr eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. Ihre Hollywood-Filmkarriere endet 1968. Doris spielt weiterhin in ihrer eigenen Fernseh-Sitcom The Doris Day Show, die von 1968 bis 1973 läuft. Doris Day wurde für ihre vielen Karriereerfolge angemessen ausgezeichnet und geehrt. 1989 erhält sie beispielsweise den renommierten Golden Globe Cécile B. DeMille Award für ihr Lebenswerk im Kino. 2004 erhält Day eine Auszeichnung der Presidential Medal of Freedom, welches die höchste Ehre ist, die ein Zivilist in den USA erlangen kann. Einige Jahre später erhielt sie einen Grammy Lifetime Achievement Award für ihre produktive, jahrzehntelange musikalische Karriere. Die Tatsache, dass sie eine der erfolgreichsten Stars des 20. und frühen 21. Jahrhunderts ist, verbringt sie ihre letzten Tage in Abgeschiedenheit und wird von den Menschen um sie herum rücksichtslos manipuliert. Day starb am 13. Mai 2019. Seitdem ist eine große Kluft zwischen ihrer Familie und ihren Freunden entstanden, die sich gegenseitig beschuldigen, sie misshandelt zu haben. Symbol des Konservatismus Egal ob sie neben führenden Männern wie Rock Hudson, Cary Grant oder Clark Gable spielte, die Geschichte war immer dieselbe. Durch ihren Charme gelang es ihr immer, diese schelmischen Charaktere davon zu überzeugen, ihren Playboy-Lebensstil aufzugeben und ihr stattdessen einen Antrag zu machen. Diese Formel führte zu ziemlich prickelnden Szenarien, die es zu spielen gilt, während sie immer davor zurückschreckt, offen sexuell zu werden. So wurde Doris Day in gewisser Weise zu diesem Symbol des Konservatismus in einer Zeit, die vom Hedonismus der Gegenkultur geprägt war. Für das Publikum, das von dem sich schnell ändernden gesellschaftspolitischen Klima nicht ganz überzeugt war, war sie eine allgegenwärtige Rückkehr zur Form, eine beruhigende Dosis althergebrachte Werte angesichts einer sexuell promiskuitiven und nachsichtigen Jugend, die es satt hatte, das Prim und Richtige zu tun. Außerhalb des Bildschirms war das Leben von Doris weit weniger idyllisch. Das Privatleben von Doris Day entsprach nicht dem idealisierten Bild von Weiblichkeit und Ehe, das sie repräsentierte. Sie ärgerte sich sogar über dieses Bild und erzählte einmal einem Biografen, dass ihre gesunde, jungfräuliche Person als Mädchen von nebenan mehr Schein war, als jede Filmrolle, die sie jemals gespielt hatte. Während ihres ganzen Lebens hatte Doris mit vielen schwierigen Beziehungen zu tun, die oft gewalttätig, missbräuchlich und kontrollierend wurden. Ihren ersten Ehemann, einem Musiker, mit dem sie ein Kind hatte, beschrieb Day als körperlich, missbräuchlichen und manipulativen, psychopathischen Sadisten. Ihre folgenden drei Ehen waren ebenfalls turbulent. Als ihr dritter Ehemann, Martin Melker, der ihre Finanzen kontrollierte, 1968 starb, hinterließ sie ihr Schulden in Höhe von 500.000 Dollar. Die letzten Tage von Doris waren voller Kontroversen und Missbrauch. Doris Day's einziger Enkel, Ryan Melker, postete auf Facebook, dass Bob Becherra, Day's Geschäftsführer, ihm in den Monaten vor ihrem Tod verboten hatte, seine notorisch zurückgezogenen lebende Großmutter zu sehen. Ryans Vater, Doris' Sohn Terry, starb nämlich 2004. Merkwürdig an ihm ist die Tatsache, dass er nie öffentlich über seine berühmte Mutter gesprochen hat. Ryan behauptete weiter, Becherra habe mehrere Personen entlassen, die im Vorstand von Doris Tierrettungsorganisation saßen und sie stattdessen mit mehreren Mitgliedern seiner Familie ausgetauscht. Darüber hinaus zeichneten mehrere Personen, die Day nahestanden, ein düsteres Bild ihrer letzten Tage. Einer ihrer ehemaligen Angestellten sagte der New York Post, dass sie den größten Teil ihrer letzten zehn Lebensjahre entweder in ihrem Schlafzimmer oder in ihrer Küche verbracht habe. Berichten zufolge nutzte sie den Rest ihres Hauses kaum noch und wollte über nichts anderes als ihre Hunde oder Fanpost sprechen, die sie erhalten hatte. In ihren letzten Jahren hatte Doris sehr wenige Freunde. Glücklicherweise waren diese engen Freunde, die sie noch hatte, die meiste Zeit bis zu ihrem Tod für sie da. Aber ihre Familie war aus ihrem Leben so gut wie abwesend. Und nachdem Terry ihr Sohn 2004 starb, hinterließ sie einen enormen emotionalen Schmerz. Beshera von Beruf Tierarzt trat Days Tierschutzstiftung 20 Jahre vor ihrem Tod bei. Schnell wurde er ihr Geschäftsführer und leite ihre Stiftung. Sobald Doris anfing, einen kognitiven Verfall zu erleben, ergriff er angeblich die Gelegenheit, drastische Änderungen an der Organisation vorzunehmen, die ihren Namen trug, ohne sie vollständig zu konsultieren. Kurz nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt bei einer Veranstaltung für ihre Stiftung im Jahr 2014 zog sich Day zurück. In ihren letzten Lebensjahren waren die einzigen Menschen, die sie im Leben umgaben, Menschen, die sie kaum kannte, hauptsächlich Betreuer. Ihr Enkel Ryan sagte, dass er nur über die sozialen Medien von Days Tod erfahren habe. Er gab weiter auf Facebook zu, dass er seit seiner Kindheit keine Gelegenheit mehr hatte, viel Zeit mit ihr zu verbringen, hauptsächlich wegen der bösen Scheidung seines Vaters von seiner Mutter, Jacqueline Carlin. Er wurde zum Abendessen eingeladen, nachdem Terry gestorben war, aber als er auftauchte, hinderte Beshera ihn daran, seine Großmutter zu sehen. Während Doris eindeutig wieder Kontakt zu ihrem Enkel haben wollte, wollte Beshera, der ihr Torwichter geworden war, ganz für sich Zugang zu ihr haben. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte Day ein Nettovermögen von 4,5 Millionen Dollar. Laut Beshera hatte Day angegeben, dass sie wollte, dass ihr Vermögen an die Doris Day Animal Foundation geht, die Organisation, die er jetzt kontrolliert. Während dies im Einklang mit Doris lebenslanger Hingabe an Tiere zu stehen scheint, zieht es angesichts von Besheras Engagement für die Organisation seines früheren Verhaltens gegenüber Doris' Familienmitgliedern offensichtlich auch ein paar Augenbrauen hoch. Das Vermächtnis von Doris Day wird wahrscheinlich viel länger weiterleben als die meisten Stars. Sie war eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die Respekt verlangte und von ihren Legionen von Fans hoch verehrt wurde. Betrachten Sie sich selbst als Doris Day Fan? Wenn ja, was sind einige ihrer schönsten Erinnerungen an den verstorbenen Star? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen. Und bevor Sie sich ein weiteres unserer faktenreichen Videos ansehen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um uns ein wenig zu unterstützen, indem Sie dieses Video liken und unseren Kanal abonnieren, falls Sie dies noch nicht getan haben. Wenn Sie schon dabei sind, tippen Sie auf die Glocke, um Benachrichtigungen zu aktivieren. Auf diese Weise können Sie mit all unseren neuesten und kommenden Videos auf dem Laufenden bleiben, ohne einen Takt zu verpassen. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald mit weiteren Inhalten zu einigen Ihrer Lieblingsstars, Filme und Fernsehshows aus Hollywood.